Wir sind Sozialisten und wir sind in einen kapitalistisch-imperialistischen Staat gekommen. Ich konnte die ersten Wochen den Schritt über diese Grenze nicht machen. Das ist mir richtig schlecht geworden. Die Volkskammerabgeordneten haben in diesem Beschluss zur Auflösung der DDR die Verfassung der DDR missachtet und gebrochen. Na sicher haben sich die Bürger der DDR in dem Falle verraten. Das war natürlich ein Anschluss. Man hat ja alles, was eigenständig in der DDR sich entwickelt hat, über Bord geworfen. Man hat das System der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik der DDR übergestellt. Die Fahne ist niemals gefallen, so oft auch ihr Träger fiel. Die Träger überfallen und sieht schon der Weg zum Ziel. Also es gibt für mich keinen Grund zum Feiern. Obwohl ich ein ganzes Deutschland schon gut finde. Aber für mich ist das Ziel ein ganzes sozialistisches Deutschland.